Das ist ein Metall-Plektron, das habe ich von einer guten Freundin, das ist eine Navajo-Indianerin aus Arizona, die hat dich selbst gemocht und mir gesagt. Warst du mit ihr im Bett? Nein, nein, die ist irgendwie Mitte 40 und hat... Oh, guck mal, danke schön! Danke fürs Gespräch! Sie hat mich ja nicht ausreden lassen und ist verheiratet und hat Kinder. Sind die einfach ranzig oder was? Ranzig, das kommt mir heute nur nach. Das war ein Kracherspruch irgendwie, ne ne, die ist Mitte 40. Meine Scheiße, heute sind wir älter, aber das war sehr witzig. Sie! Und sie wollte einzählen und wir so, what? Aber ich mag den Look nach wie vor. Der Look mit den Lederhacken und den Kutten und so, das war geil. Ja, super. Und das ist ein richtig geiler Hut. Der ist auch schön groß und im Kopf.